Willkommen zurück zu einer weiteren folge youtubers live 1 und ja anderthalb wochen ist es her dass ich das letzte mal gespielt habe ansatzweise weiß ich noch wie es geht ich weiß aber immer noch nicht wie man diese rezepte macht das ist kann wie ich meine eigenen rezepte eben verwenden kann wir erstellen wir machen es anders wie viel hammer den 99 dollar ich brauche erstmal ein bisschen money würde ich sagen denn ohne moos nix los erst mal einen schluck kaffee den brauche ich wir haben es nämlich 7 uhr 15 in der frühe wir haben noch ein kurs den wir machen müssen fotografie für anfänger ja ich hab nur dieses eine rezept ich weiß nicht warum komm wir erstellen jetzt einfach mal ein neues rezept vegetarisch ei nein ok äh stopp wir erstellen kein vegetarisch wir machen das hier ähm schwein zwiebel pfeffer äh milch kuh das spagetti geht nicht zwiebel haben wir schon scheiße äh ja hier weiter rezeptnahme test speichern so und wie mache ich das jetzt wie kann ich dieses rezept jetzt ähm verwenden habe ich nicht ich muss aber erst einmal eins aufnehmen tatsächlich ich nehme das hier nochmal auf so das da und wir nehmen das da so dann kann man mit dem rezept tatsächlich nichts mehr machen weil wir ja schon alles haben ähm wäre eigentlich das ne warte mal ich kriege ja minus lila wir nehmen das da ähm jetzt wäre das hier eigentlich gut ist und im grunde titte so und wir nehmen das äh was will denn der bei mir geh mal weg so 1 2 3 4 5 5 söhchen 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 das war schon ne die kommen nicht mehr gut an ich weiß einfach nicht warum ich verstehe das nicht und wo sind meine rezepte die ich erstelle ich will die endlich mal kochen das kann doch nicht sein ich wollte die ganze linge eigentlich aufs screen mal lesen ne ähm ähm was kate schön danke wir müssen erstmal was zu essen kaufen Äh, da besitzt man aktuell alles tatsächlich. Nice. So, 163. Wow. Aber, Rezepte. Arbeiten. Hier. Ich verstehe das alles irgendwie nicht. Da hilft nicht mal der Kaffee. Ich bin auf die Sprünge. Hm. Schreibt mir wirklich gerne mal in die Kommentare, warum ich das nicht so hinbekomme mit den Rezepten. Oh. Das nervt nämlich ein bisschen. Ich mach halt doch gut Aufrufzahlen hier, aber das war das letzte Stück irgendwie. Ich glaub auch nicht, dass ich irgendwas lesen muss tatsächlich. Äh, das bringt's ja nicht. Äh. Da haben wir erstmal ein neues Kärtchen geholt. Ich verstehe das alles irgendwie nicht. Ich muss mal wieder einen Pip machen. So. Ich muss mal wieder einen Pip machen. Ich laden die mal ein. Ach, das ist der hier. Oh, scheiße. Jetzt geh ich mit dem Dude aus. Wir gehen noch mal arbeiten. Wenn ich das mit den Rezepten nicht hinbekomme, dann lohnt es sich ja gar nicht weiterzuspielen, weil... Ja. Ich hätte mir vielleicht das Tutorial davon wirklich angucken sollen. Äh, gibt es hier nicht irgendwie Hinweise? Ah, hier Hinweise. Äh. Ja. Ja. Schön. Äh, Gott. Äh, Kochbuch. Selbst da steht nichts drinne. Ich verstehe das nicht. Wo sind die ganzen Rezepte hin? Ich verstehe das nicht drinne. Es ist nur ein fucking Rezept. Ein fucking Rezept ist hier drin. Ich kann auch keine Rezepte kaufen irgendwie. Das ist creepy. Ich verstehe das nicht. Äh. Ich verstehe das irgendwie nicht. Was passiert, wenn ich das verkaufe? Was passiert, wenn ich das verkaufe? Irgendwo muss ich doch Rezepte einprüfen können. Ich gucke hier jetzt mal alles ab. Hier gibt es nur Klamotten. Das ist Ikea Marktchef. Hier kann ich nur sowas holen. Superfood kann ich nur für mich selber Essen holen. Und Koch-Gadgets habe ich auch alles. Ich verstehe das nicht. Ich gehe jetzt noch mal arbeiten. Aber wenn ich jetzt wirklich meine eigenen Rezepte nicht verwenden kann, dann lohnt sich das als Koch gar nicht weiterzumachen tatsächlich. Denn, äh. Ja. Ähm. Das eine Rezept ist ausgelutscht. Das ist einfach ausgelutscht. Das ist einfach ausgelutscht. Das ist einfach ausgelutscht. Ich gehe jetzt nicht. Ja? Das ist einfach ausgelutscht. Wollen wir uns ja tun? Und dann. Ja, wir müssen ja schon mal vorlegen. Dann. Das ist einfach ausgelutscht. Ich gehe jetzt einfach ausgelutscht. Ich versteh das nicht. Na ja, wenigstens verdienen wir hier noch ein paar Kröten dabei. Oh, ja. Ja... So... Wollen wir mal gucken... Geht mich gleich ins Kilo! So... Äh... Dann nehmen wir das da... Und das da... Ja... Ähm... Muss mich wenn es geht... Ich verstehe das nicht... Ah, ihr könnt doch mal einen Pip machen hier... Ja... Können wir so just for fun... Ja... Die lachen so scheckig... Nein... Blablablabla... Blablabla... 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 Ja... Jaa komm... Ich brauche Money... Äh... Äh... Ey die hat mich weggeschoben... Hu... Huli... Ähm... Blablabla... Blablabla... Jaa komm, egal, mach mal... Ähm... Ahhm... Blablablabla, blablabla, blablabla. Blablabla? Hey, du bist nicht so bekannt. Verschwinde! Naja... So'n Arsch, den mag ich immer noch nicht. So, wie es mit dem Kino aber weitergeht, auf einmal in der nächsten Folge. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, ist gerne einen Daumen nach oben da, der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lass Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye!